Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischCopTV. Hier ist der FischCop und wir spielen Minecraft Story Mode. Yay! Das ist keine neue Mod für Minecraft oder so. Das ist tatsächlich ein eigenständiges Spiel von Telltale Games. Das bedeutet, dass wir hier ein Minecraft Adventure vor uns haben, Leute. Ich krieg die Tür nicht zu. Ihr wisst schon, Telltale, ne? The Walking Dead und Game of Thrones, das Adventure und so. Sam & Max damals, The Wolf Among Us oder zuletzt Tales of the Borderlands oder so. Heißt das so? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Telltale Games haben zusammengearbeitet mit Mojang und haben jetzt hier so ein Ding gezaubert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hab nur den Trailer gesehen bis jetzt. Hab mir das Spiel noch nicht angesehen. Es ist ja auch gerade erst heute erschienen, am 13. Oktober. Ich glaube, für 20 Euro oder so kriegt man bei Steam das ganze Paket. Das ist mal wieder in Episoden eingeteilt, wie Telltale das halt so macht. Und ja, ich bin unglaublich gespannt. Ich glaube, das wird ziemlich gut. Weil ich glaube, Telltale hat bis jetzt noch kein Spiel verkackt. Oder? Sollt ihr eine andere Meinung? Ich nicht. Ok. Ganz kurz hier nochmal die Einstellung gezeigt. Weil das einfach so aussieht wie Minecraft. Oh, ist das cool, oder? Ok. Ich find's cool. Das Ding ist auf Englisch, aber wir haben deutsche Untertitel. Wer jetzt nicht mitkommt. Ok. Hier wählen wir irgendwas aus. Das Aussehen. Ok. Wie wollen wir aussehen? Ich wäre gerne dunkelhäutig. Oder Mir gefällt, mir gefällt, mir gefallen hier die Klamottenfarben so gut. Die sind auch nicht schlecht. Die find ich nicht... Na ja, ist auch nicht... Komm, oder? Nehmen wir den hier. Der sieht ja auch eigentlich genauso aus wie ich. Ok. Ist das nicht so ein Command-Block-Ding? Äh, wo man quasi Sachen geschehen lassen kann? Oh, ist das aufregend. Der Orden des Steins. Start Episode 1. Seid ihr dabei? Los geht's! Deine Entscheidungen bestimmen den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. 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 In Wahrheit ist es nur ein Scherz und spielst. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Und wir haben uns so lange genug, vier hirots, wie du spielst. Gabriel, der Kräuter, bevor der Säure alle Klamotten schmerzen. Eligard, der Redstone-Engineer, der Maschinen erlebe. Erre von Invention. Magnus Thoreau, der seine Kreativität destruktive für den Vorteil von allen. Und Zorin, der Architekt, der Welt, und der Leiter der Orden der Stone. Diese vier Freunde, zusammen, würde so viel für ihre rechtliche Platz als vier heros. Seine größte Herausforderung würde sie auf eine gefährliche für eine mysteriöse kreativität, die Ender-Dragon. In der Ende, die Orden der Stone verfolgt und der Dragon wurde verletzt. Der Geschichte complete, sie wegzüren in die Pages der Legend. Uhhh, Toll! Aber wenn eine Geschichte enden, eine andere beginnt. Ja! 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 Äh Mm-hmm Er kommt mit uns. Wirklich? Was? Welche Frage ist das? Natürlich ist er. Okay, ich sage nicht, dass er nicht kommt. Ich bin nicht. Aber nicht wahr, dass es ein bisschen weirrt, dass du ihn mit dir mit dir gehst, wo du gehst? Er macht uns irgendwie... Ich weiß nicht... Amateurs. Die Leute wollen immer mit dem Mann sprechen. Du meinst, zu sprechen über dem Mann mit dem Mann. Wie... Schau den Mann mit dem Mann mit dem Mann. Wie weirrt. Was? Aber... Was interessiert uns schon, was sie von uns halten? Ich weiß. Ich bin nur... Es wehrt dich. Du sagst, du bist kein Verlager, Olivia? Also gewinnt. Okay. Okay. Ah! 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 I even brought something for the little guy. Nice. You brought Ruben a disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. Geil. Er sieht beeindruckend aus. It only took me like a million hours to build it. Alright, alright. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. See, now he's your wingman. Stop. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Ich finde das voll gut, was das Schwein da anhat. Meinte er das jetzt anders oder was? War das hier Sarkasmus oder wie? Okay, also das ist das Spiel. Ich finde es bisher sehr, sehr gut. Es sieht sehr Minecraftig aus. Hm, guck mal, da ist eine Fackel. Okay, W-A-S-D. Steuern wir Hans-Joachim. Das ist gut. Wie heißt das Schwein nochmal? Rube, Rueben. Gib mir einen Dragenroar, Rueben. Yeah. Das wird es tun, Rueben. Das wird es tun. Ich fand es super. Übrigens, die Stimme kennt man ja auch irgendwie irgendwoher, ne? Könnt ihr mir mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, woher man seine Stimme kennt von dem, von dem, äh, von dem, von dem Hans-Joachim, den wir hier, äh, steuern. Die kennt man auch irgendwoher. Okay, was ist das hier? Rüstungsständer. Eines Tages. Was ist das hier? Endercon hört sich doch hammergeil an. Ich wollte gerade sagen, das ist ein richtig guter Name. Was ist das hier? Gabriel, the warrior. Ich denke, wir werden das immer famous bekommen. Na klar. Vielleicht werde ich famous für meine süßen Postere-Kollektion. Okay. Was in der Kiste, Digga? Oh, das ist richtig. Übrigens habe ich mir überlegt, wir machen die erste Folge mal so ein bisschen länger und die danach dann nicht mehr so lange. Obwohl ich ja gar nicht weiß, wie lange so eine Episode ist, ne? Oh mein Gott. Okay. Wir werden sehen. So, damit müssen wir am Ende wieder ein bisschen rum schnipseln. Was haben wir jetzt hier? Hier ist noch ein Poster. Das dürfen wir uns nicht angucken. Und wir dürfen auch nicht hier in die Bücherregale gucken. Wir dürfen auch nicht aus dem Fenster gucken. Was dürfen wir hier eigentlich? Ah, da ist so eine Kiste. Hm, Flint and Steel, not too shabby. Ach, übrigens. Ja, genau. Wir haben jetzt eine Schere und quasi ein Feuerzeug, ne? Und ein Schwert. Können wir das auch auf eins? Oh, ja. Eins? Ne, auf eins, zwei, drei geht's nicht. Aber mit dem Mausrad kann man hier Sachen machen. Aber so richtig auswählen kann man's dann nicht. Okay, können wir springen? Nein. Angehalten. Alles klar. Alles klar. Okay. I get the hang of it. Okay, wir können jetzt nur noch runter, ne? Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Komm, komm! Ähm, ich nenne dich Spider-Pick-Drache! Komm mit. Das ist mir egal, ob der schon einen richtigen Namen hat. Nice! Okay, das ist, glaube ich, der Standard... Das Standard-Texture-Pack, aber mit ein paar Shadern, ne? Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one. Part one. The special guest at this year's Enercon is none other than Gabriel the Warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two. According to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose. But if we win? Oh, man. This would make up for all the losing. Peace out, Nix. Man, we have to really try to win this year. Okay, also try hard, meinst du? So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Holy shit. Yeah, my source doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Ruben with us. We basically have no chance. Hä? Hab Vertrauen. Olivia, what? This is my so negative. This is my little sliver. A portion, just a little faith. That's all we need. Also, I'm hungry. To win. No, no, I'm with that. Alright. Wait a minute, wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. We might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an Enderman be better? I'm more scared of Enderman than creepers. They both have their moments. They're both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a creeper today. Alright. We build the creeper. You're going with Axel's idea? What's wrong with my idea? Nothing. It could be totally cool. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Dare to prepare on three. No, no, no. Preparing is daring. No, that's the same thing. Forget it. Team on three. One, two, three. Team! Team! Yay! Okay, also jetzt müssen wir Ressourcen sammeln oder was? Und wir bauen einen Creeper. Cool. Oh mein Gott! Ich muss den Baum boxen. Ich muss den Baum boxen. Ich tue es. Was? Nach unten. Nach unten. Wie geil ist das denn? Kuh, Kuh, Kuh. Give him, give him, give him. Kuh. Oh shit, oh shit. Ich drück doch. Ich drück. Oh fuck. E. Alter. Okay, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ich freue mich. Übrigens habe ich Stimme erkannt. Das ist die Stimme von dem King of Queens Typen. Dieser Cousin da. Ist der Cousin? Ich weiß es gar nicht. Der kleine, dickere U-Bahn-Ticket-Verkäufer. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Yes! Bau dir da Axt, du Nacken. Warum verprügelst du Bäume? Boah. Whoa. Team! Woo! Yeah! Nice! Ey, das Schwein war gar nicht mehr umgezogen. We've got all the stuff for it. We are so ready. This year, it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Nice pig. Losers. Ey. Hmm. Oh, great. There's Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Oh. Ist der eigentlich nett? Name, please. Axel, and how do you do? No, your team name. Team name? Oh, oh, oh. We are not ready for this. Heh. Okay, we sind. So much for losing anonymously. Nether maniacs. Nether maniacs. You just thought of that right now? Yep. We've never even been to the Nether. Who the Nether cares? Okay, Nether maniacs. You guys are in booth five. Ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Den müssen wir aber ordentlich geben, Leute. So, booth five, ne? Hat sie gesagt. Wollen wir hier erst nochmal Kisten durchsuchen? Ist das etwas, was wir möchten? Ist das erlaubt? Hm. Nope. Nö. Okay. Wo, wo muss ich? Okay. Stand drei. Stand fünf. Ja, Moment. Ich wollte eigentlich noch, ich wollte nochmal gucken, aber na gut. Ist das ein freaking Beacon? Sie haben ein freaking Beacon? Freaking Beacon? Das ist ständes Glas. Sie sind nicht nur ein Beacon. Sie sind ein Rheinbauer-Beacon. Aber keine Angst, das schaffen wir. Wir haben das. Wer sind wir? Wir haben nichts. Wir haben ein Mascott. Ja. Wir sollten wahrscheinlich stoppen siehre. Hahaha. Schau, es ist die Order of the Losers. Wieder. Haha, gut. Gil. Meh. Wir schauen uns einfach. Es wird viel Zeit für Sie alle schauen, nachdem es gewinnen und wird in Endercon. Du bist nicht so schön. Vielleicht nicht alle. Der Ender-Kon kann nicht in der Flüge essen oder in der Flüge geben. Ich spreche über dein Gehirn. Er sagt, er ist Essen. Was ist das? Jesse sagte, shut up. Du musst es wieder hören? Ich weiß. Vielleicht... Shut up! Ich geb dir 20 Mark! May the best team win. Careful what you wish for. We'll see about that. Ladies and gentlemen, welcome to the Ender-Kon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at Ender-Kon. The winners will also meet, in person, Gabriel the Warrior. Yay! Woohoo! Ocelots! 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 Handshake? We don't have a handshake. Brauchen wir nicht. We'll make one up. We'll call it the... Ähm... Äh... Erbauer... Kriegerkralle! Yes! Äh... Okay. Das hat gut geklappt. Just like that. I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year the Nether Maniacs can't lose. Yeah! Let's do it. Building starts... Now! Okay, was muss ich machen? Was muss ich machen? Cool. Ey... Oh no! A fireworks dispenser! I'm so scared! You worry about your build and we worry about ours. Was muss ich machen? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Creeper. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Nice! Ah! Was ist denn? Er guckt. Er überlegt. Warum baut er nicht? Jetzt bau doch einfach weiter, Dicker! Sind wir schon fertig? Jetzt ist der Moment der Wahrheit. What? Hier geht nichts. Oh Mann, das sieht so cool aus. Wir werden das sicher gewinnen. Der Creeper war definitiv die richtige Weg, um zu gehen. Und freuen sich alle oder lachen mich jetzt alle aus? Guys, people are looking at us. Good build, man! What? No way! Hahaha! Whoops! Nein! Oh nein, Ruben's on fire! Oh mein Gott! Aiden, that part! The lava's getting closer! We're gonna ruin the build! We're gonna ruin the build! We're gonna ruin the build! Romans, we're gonna ruin the build! Romans, we're gonna ruin the build! We're gonna ruin the build! We've got to do something! But our build is about to go up in flames! You've got to stay, save the build! We've got to cover, Jesse! Be careful! Yeah! Okay, ihr müsst doch was machen, Leute! We're gonna do an Endercon! Guck! Jawoll! Genau so hätte ich's auch gemacht! Wo ist Dr. Ocelot, Schweinekopf, Drachenmensch? Ruben? Where are you? Just give me an oink if you can hear me! Oh oh! Das ist gruselig! Hufspuren! Hm, Pig Tracks! Yeah! Ach, Spider-Pig! Spider-Pig hieß der, ne? Spider-Pig! Drachen! Schwein des Todes, oder so! Sollen wir da lang? Ich mein, wir können ja hier auch nochmal gucken, ne? Guck mal, hier ist ne Eiche! Hallo? Oh! Ah! Da ist nichts! Sehr interessant! Okay, wir gehen da lang! Weil hier natürlich die Hufspuren sind! Boah, aber nicht K, L, U, K, ey! Ruben, ich will nicht hier in der Nacht sein! Rubi! Oh! Ich höre Grunzen! Diese gehören definitiv zu einem Pigge. Hm. Kein Weg hat Ruben diese selbst gemacht. Wie jetzt? Was denn? Da ist ne Karotte übrigens! Was ist hier? Ein Brunnen? Oh oh! Ist er da drin? Puh! Zum Glück nicht! Digga, da ist ne Karotte! Ich hab da schon ne Ahnung! Hey, Ruby! Ruby, Ruby, Ruby! Ah, shit! Okay, also er hatte ein Drachenkostüm an. Wie machen wir das jetzt? Hahahaha! Hat er es ausgezogen? Und wieso ist es eigentlich plötzlich Nacht geworden? Und wieso kann man hier sich die Bäume angucken? Das verstehe ich nicht. Hallo? Haha! Ich rauch's nicht so ganz, aber okay, wenn ihr meint. Hier nochmal links. Ah, mit Shift kann man sogar schneller gehen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Aber hier kann man gar nicht lang. Okay. Was ist da? Büsche. Okay. Da ist er jetzt. Ich bin mir ganz sicher. Ah, shit! Ein Todeshuhn! Töte es! Mit Feuer! Warum denn nicht? Wir haben noch ein Feuerzeug dabei. Oh, das geht auch nicht gut aus. Hier passiert auch gleich irgendwas Schlimmes. Ruben, es wird schrecklich hier raus. Ja. So, ja. Was? Schwellendes Kostüm? What? Achso! Ruben! Ruben! Oh nein! Bist du da drin, buddy? Oh, jeez! Bitte nicht zuerst, Ruben! Was? Was war das? Was ist das? Was ist das? Was ist denn das da? Ich verstehe nicht ganz. Ich muss hier lang. Oh nein! In der Höhle! Oh mein Gott! Digga, da spawnen Sachen und so. Ich würde jetzt nicht unbedingt reingehen jetzt eigentlich. Schwarzes Loch. Ja, das gucken wir uns mal an. Oh Gott! Ah! Wir haben ein Holzschwert. Das ist schon mal ganz okay. Hallo? Ja. Warum sind wir jetzt hier lang? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so schlau war jetzt. Es ist echt ganz schön schön. Es ist ein bisschen spannend. Und gruselig. Und ein bisschen gruselig. Und spannend. Geht er nicht hin. Doch, geht er hin. Nein, geht er nicht hin. Oh! Ruben! Jawoll! Easy! Hey, buddy. You want a carrot? Oh! Oh, I'm so happy to see you. Oh, das wird er nicht vergessen. Oh, oh. Oh, shit! Okay, Hans, Joachim, wir müssen laufen. Schnell weg! Ich denke, wir sind gut. Ja! Quick-Time Events? Bestimmt! No! Ach so! Oh nein, ich hätte drücken müssen! Da war das Quick-Time Event! Ich hab's so nicht als solches erkannt! Das muss ich jetzt machen? Okay! Okay, äh, äh... Okay! Ey, warum denn nicht? Oh, yeah! Ey! Wann treff ich denn und wann treff ich dich? Nice! Okay! Ich hab noch genug für euch alle! Warum muss ich nach links? Ach so, muss ich gar nicht. Ach so. Den treff ich jetzt nicht, aber... Treff ich jetzt? Jetzt! Jetzt trefft man! Okay, das find ich nicht ganz so cool gemacht, weil man doch nicht so genau weiß, wann treff ich die jetzt eigentlich? Oh, shit! Ähm... Wollen wir vielleicht... Wollen wir einfach weg? Nein, nicht Grund! Nein, nicht Grund! Äh... 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 Lauf! Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hallo, Schwester! Danke sehr. Danke sehr. Warte auf mich. Ich komme. Ich komme. Das ist nicht meine erste Mal in eine Kabe, Petra. Ja, aber hast du schon gesehen eine Wither-Skull gesehen? Woa! Woa! Sie sind die erste Person, die ich es gezeigt habe. Also, du besser das zu verraten. Du hast deine Leben für diesen Schall gebrüht? Oh, ich habe meine Leben für das Ding, ich werde das Schall gebrüht für diesen Schall gebrüht. Der Schall gebrüht. Ich habe das Schall gebrüht. Ich habe das Schall gebrüht mit. Ich habe das Schall gebrüht. Er wird mir ein Baum für ihn verraten. Woa! Being der Resident Go-Getter pays off every once in a while. Der Schall gebrüht für den Schall gebrüht? Was ist das Schall? Er ist etwas strange, ich glaube. Aber hey, jeder hat sich ihren Ding. Und du nie gedacht, dass er ihn, was mit deinem ganz normalen Schall gebrüht? Als ich das Schall gebrüht, habe ich das Schall gebrüht. Wow. Wow, was? In einem jeden Tag, du gehst in den Nieder, du hast ein Wither Skeleton gebrüht. Ich bin, ich habe ein super cooles Schall gebrüht, aber trotzdem. Das ist schön, dass du dich bist. Du kannst mit mir kommen. Woa! Ich bin, wenn du zu nervös bist, ich verstehe es. Aber ich würde nicht minden, ein bisschen Backup. Okay. Okay. Du kannst mit einem Schall gebrüht. Das kommt in Hande. Und da das wooden Schall von dir wurde zerbüht. Du gibst mir einen neuen. Auch besser. Du kannst dein eigenes machen. Ein Stück plus zwei Steine, equals eine Schall. Nice! Okay. Aber warum lassen wir den Spider-Pig, äh, Drachenquatsch, äh, da alleine in der Stadt? Just grab what you need. Oh, okay. Thanks. Hey, is all this stuff yours? No. We're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here. Of course it's mine. Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Geil. Okay. Und jetzt können wir Minecraft-mäßig bauen, oder was? Alles klar. Achtung. Geil. Haha. See? Isn't it better, when you make it yourself? Jo, ich find, ich find's cool. Wahrscheinlich wird man das jetzt nicht so häufig benutzen und nicht so viele Möglichkeiten haben, aber ich find's sehr gut gemacht. Check it out. Endercons all lit up. I can't believe it. We won. Axel was right. Everyone loves a Creeper. Good for you, Jesse. It's about time we beat Lucas and his gang of jerks. What kind of stupid name is the Ocelots anyway? You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him. Just in case. He's good at building, that's for sure. It's always useful to have a guy like that around. No matter what you might think of him personally. Yeah, you might be right. I'm just saying, if you run into him at Endercon, try talking to him. I don't need a lecture on the power of collaboration, Petra. But a lecture on the power of my fists. It's short, but deadly. Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before we were cool? Some of us will never be cool. Ha ha. Wollen wir springen? Wollen wir springen, vielleicht? Wollen wir springen? Lass uns springen. Wollen wir springen? Ich will springen. Okay, los geht's. Und Abfahrt. Guck nicht zurück in die Explosion. Telltale Games. Yeah, Minecraft Story Mode. Nice, das Intro. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns... Oh! Oh shit! Oh no. Nein! Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ähm, hier war ja jetzt noch nicht so viel verschiedenes Gameplay und so, ne? Aber ich denke mal, das wird sehr storylastig sein und dass wir noch irgendwas sehr, sehr cooles erleben. Und es wird bestimmt ein, zwei Plottwists geben später. Ja, das wird nicht mehr, da. Es wird es, es wird es. Du hast nicht, du hast in die Wasser. Du hast nicht auf den Boden. Du hast dich zusammen, und folgst mir. Hallo? Gute Freundin entstand da unten. Gute Freundin entstand da. Gute Freundin entstand da. Gute Freundin entstand da. Hm. Ich war. Okay, neue Plan. Du bleiben hier, in der Fall, das ist das Spot he meant, und ich schau mal. Ich denke, ich hätte ihn gehört. Dann wieder, ich habe nie einen Ort mitgebracht. Aber dann, warum wird er erneut? Du kannst nicht wirklich sagen, dass du mich hier einfach verlassen? Wenn du dich in den Wald bleiben kannst, ich denke, du kannst hier auch tun. Ich werde zurück, bevor du es wissen. Wenn du ihn wiederholst, dann steig ich für mich. Okay. Uh-uh. Ich bin mit Petra. Ich bin mit Petra. Mein Deal ist mit ihr. Nicht ihr Partner. Sie wird hier, aber wir können mit ihr starten ohne sie. Du hast die Skull? Uh, well... Du machst oder du nicht? Petra hat es. Sie wird zurück in jeder Minute. Nun. Nun. Wie lange sie es bringt. Ich denke, es würde mich nicht töten, um zu warten. Uh... Well... Was jetzt? Ivor. Oh. Hier ist sie. Sorry, ich bin leid. Aber... gute Dinge sind wertvolle zu warten. Ich habe was du für. Wenn du was hast, hast du uns gesagt. Ich bin nur uns. Du hast nicht gesagt, was wir uns gesagt haben, als wir erst einmal gingen? Und ich mag nicht die Überraschung. Wenn diese sind die Leute, die du mit ihr zusammenkommst, vielleicht sollte man das alles aufbauen. Mein Freund ist gut. Right, Jessie? Da gibt es keine Probleme hier. Wir müssen nicht zu haste, okay? Das ist nur ein bisschen verständnis. Wir machen das. Das ist das ich dachte. Dann geht's. Wuuuuhu. Ich nehme diesen Baumann jetzt. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn. Du hast ihn gewonnen. Oh, oh. Uh, das ist nicht ein Baumann. Nein, es ist Lapis. Ich habe drei schweine schweine. Schöne schweine 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 schweine. Ich kann nicht glauben, dass dieser Mann einen auf mich hat. Lass uns nach ihm. Ich bekomme ihn. Ich bekomme ihn. Ich bekomme ihn. Oder ich bekomme ihn. Genau? Komm her. Okay. Den finden wir bestimmt gleich wieder. Gar kein Problem. Wir haben ihn verloren. Dann müssen wir ihn einfach wieder finden. Gehen. Gute Idee, Petra. Oh. Oh. Hier können wir jetzt suchen. Alles klar. Ja, wie gesagt. Die erste Folge ist ein bisschen länger gewesen. Damit wir so ein bisschen reinkommen. Und ein bisschen gucken. Und ein bisschen wissen, was jetzt passiert. Und ab der nächsten Folge werden wir dann rausfinden, ob wir Ivor, oder wie er hieß, ne. Ob wir den hier mal direkt noch wiederfinden. Oder ob das eine längere Geschichte wird mit diesem komischen Skull und den Diamanten. Ich bin schon so ein bisschen, ich bin auf jeden Fall interessiert. Ja. Ich meine, noch ist hier keine große Geschichte los gestartet worden. Aber ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ähm. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt wie ich. Und seid nächste Folge wieder dabei. Das war Fischkopf. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.